Wer nichts weiß, darf viel Glauben nicht wissen oder Wissen des Unwissbaren ist das Gegenteil des Glaubens. Glaubensglauben heißt sich im Handlungsmodus, im ungehemmten Lebensaktionsmodus sich befinden. Das Wissen, dass das Bewusstsein nicht der Erkenntnis seiner selbst von Existenz und Tod, sondern nur in kurzen Aufklaffungsmomenten dient, gehört ebenfalls in diese Struktur der Drittveränderungsimperative hinzuführen in den Handlungsmodus, anstelle des Erkenntnismodus. Heute ein Gespräch gehabt über die Lust der Erkenntnis, die Denklust, die Erkenntnislust eines Aristoteles zum Beispiel. Aber das ist falsch gedacht. Musil beschreibt, dass er lange danach gesucht hatte, ob irgendein Ding, ein Objekt, irgendeine Ästhetik ihm Zufriedenheit verschaffen könnte. Aber er hat genauso wie Ingeborg Bachmann, die das Schreiben als eine pure Überlebenstechnik praktizierte, 40 Jahre auf einem Scheme gehockt, immer auf der Suche nach diesem puren, reinen Objekt, das verloren gegangen ist und das allein Befriedigung verschaffen hätte können. A la recherche des choses perdues. Es ist keine Lust zu schreiben, siehe Marguerite Dürer. Es ist rein. Ich versuche dennoch nicht gleich abzukratzen.